Ich bin Manahir Mohamed. Ich komme aus dem Sudan. Ich habe im Sudan Physik studiert. Physik war immer mein Lieblingsfach und Physik hat mir sehr geholfen, unsere Welt zu verstehen. Ich habe im Sudan im gleichen Bereich einige Jahre gearbeitet und darum habe ich genug Wissen und Erfahrung. Mein Ziel ist, als Wissenschaftlerin in einer Forschungsgruppe zu arbeiten und hier ein Doktorand zu absolvieren, Um in der Schweiz meiner akademischen Karriere weiterzufolgen, brauche ich viele Informationen zum Schweißer Bildungssystem und meine Bildungsmöglichkeiten. Leider wurden Geflüchtete kaum informiert. Deshalb, wir fordern, dass Geflüchtete Informationen zum Studium bekommen. Geflüchtete momentjong Aufstehen